Ein Lupfer, ja warum denn nicht? Schießt ihn, wie groß Gomez Spielt den Ball nach rechts Er schießt Treffer Atalanta Bergamo Ist direkt wieder im Ballbesitz Ballotelli Und er macht sich den Weg frei Die Schuhe Der Schiedsrichter pfeift zur Halbzeit Die Zuschauer haben bezahlt Der kommt weit nach vorn Gomez Jetzt versucht der Raum zu gewinnen Und er zieht Der ist drin Ballotelli Der Ball kommt durch Sucht seinen Mitspieler Jetzt kann er zum Das Ketor Atalanta Bergamo Muss in den 16er kommen Und zwar schnell Ballotelli Der muss sitzen Jetzt da Und drin ist Die beiden Hälfte Also die Leistung stimmte auf beiden Seiten Im ersten Durchgang Auch wenn beide nicht getroffen Aguero Aguero Ein Ton Das ist sehr anständiges Pressing-Verhalten Sucht die Lücke Jetzt müssen sie sich Er hält drauf Jetzt Zeichnete Reflexe Das sah eigentlich nach einer hundertprozentigen Torschance aus Jetzt Das ist das Zordes Józef Belicic Macht er Da ist ihm Sensationell Ab auf die linke Seite Versucht die Gasse zu finden Jetzt ist Mutterseelen allein durch Er trifft ihn Und noch ein Sie haben den Ball erobert Sie haben Blitzstelle umgeschaltet Genau so musst du einen Konter spielen Er bringt ihn Und sind am Ende dafür Deroen Ah toll aufgelegt Ab in Richtung Und Tor Aktion Ausgezeichnete Reflexe Das sah eigentlich nach einer hundertprozentigen Torschance aus Sensationell Deroen Versucht den Pass da durch die Gasse Da tankt er sich durch Jetzt kann er zum Abschluss kommen Ui das ist ne Chance Und der kommt durch Gefährle Oldmore Sie haben jetzt alle Trümpfe in der Hand Sie haben ihn Ja und vor damit Gomez Der muss sitzen Jetzt da Das könnte Treffer Er zieht in Richtung Tor Und macht er den Da ist Abschluss Und der Pass nach hinten Jetzt aber Berg Hier ist Mohamed Salah Er treibt Er treibt Und ein Schuss Gomez Berg Da geht er alleine Er zieht in Richtung Tor Mohamed Salah Und das Gegenpressing zahlt sich sofort wieder aus Mit viel Gefühl Und er zieht ab Schon läuft der Gegenangriff Sucht seine Mitspieler Und weg ist er Gomez Und er schießt Der AC Florenz Lässt wieder mal den Ball hier aus einem Guss zirkulieren Und guck dir das an Sie haben immer mindestens zwei Anspielstationen Dann funktioniert Kombinationsfußball Ganz anders als in England Mit diesem Kick and Rush Er versucht es Versucht den Pass da durch die Gasse So jagt man Er schießt aufs Tor Freunde was ist Die Zeit Hansi wie fällt deine Einschätzung Den Ball weit rausgehauen Jetzt sprintet er mit dem Ball nach vorne Er hält drauf und Versucht die Gasse zu finden Gomez Und weg ist er Und er trifft Zu Zeit kommt er immer wieder mit zurück Um die Verteidigung zu unterstützen Kompliment auch an den Trainer Er hat auch seinen Stürmern gesagt Wenn der Gegner den Oscar Meiles Und nun ist Halbzeit So Gomez Jo, guter Ball Versucht den Pass da durch die Gasse Gomez Er sitzt drauf Sie wollen das nächste Tor Das wäre hier die Entscheidung Aber solange das nicht gelingt Bleibt es hier spannend Dürun Versucht die Gasse Jetzt aber Eins Und der Konter läuft Dürun Sucht seinen Mitspieler Jetzt sprintet er mit dem Ball nach vorne Jetzt Und Mitspieler Versucht die Gasse zu Jetzt Der Schuss Er hätte hier nicht viel besser abschließen können Also überhaupt kein Vorwurf Aber wenn der Torwart natürlich so hält Was willst du da machen? Er trifft Ich weiß das Ding Fußball wie aus dem Lehrbuch Hoffentlich spielen sie in der zweiten Halbzeit genauso weiter Versucht die Gasse Riesentreffer Versenkt Also Pari Pavin Und dann wollen sie natürlich einige Spieler vor dem Ball haben Um den Konter zu fahren Sucht seine Mitspieler Das Ein super Tor Gomez Wunderbar nach vorn gespielt Gomez Durchkreuzt die Pläne des Gegners Mares Sucht die Lüge Und Lecomio Der schlägt ja ein Mein lieber Der schlägt ja ein Schwarz ist Rüge freut Die Maria Hat ihn da nicht richtig durchbekommen Das ist bei ihm das Problem im Aufbauspiel Es fehlt die allerletzte Präzision im entscheidenden Moment des Passes Boah Fronde Mares Der in dieser Partie auf gar keinen Fall untergetaucht ist Jetzt ist über sich gefragt Bonaventura Er hat ihn einfach stehen lassen Bonaventura Der Ball ist hinweg Gagliardini Und die Schusschance Er probiert Er bringt Da ist das Ding Ihren Rhythmus gefunden Insbesondere läuferisch ist das eine ganz starke Leistung Der Ball Der rollt wieder Sie wären ganz schlecht beraten Sich zu sagen Wir liegen vorne Und das wollen wir jetzt verteidigen Er versucht Da ist es passiert Das ist das perfekte Timing Er stand nicht im Abseits Jetzt schon ein einigermaßen bequemes Polster Das kann jetzt eigentlich kein ernsthaftes Problem mehr sein Dieses Spiel Riesen Und drin ist er Keine Änderungen am Personal vor Sucht seinen Mitspieler Da ist die Müll Drin das nicht Duwanza Butter Startet im richtigen Genau im richtigen Moment Im Bruchteil einer Sekunde Er steht nicht im Abseits Und damit steht fest Doppelball Da steigt Er sitzt Den hat er Ab in den 6 Stark angesetzt Aus zum Kopfball Mit den Fingerspitzen Sucht die Lücke Und weg ist er Das ist eine Chance Und er zieht Das ist das Das ist das Das ist das Está in 3 справし